Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Separate Ways. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Herrn der Wasserstraße. Wir gehen jetzt nochmal, also ich glaube hier rechts geht es dann richtig weiter. Oder wobei, das tut sich nichts, ne? Das tut sich nichts. Kommen wir mal hier lang? Geht es da überhaupt drunter durch? Geht es da? Ne, ne? Da können wir nicht lang. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Es geht nicht. Okay. Dann wollen wir da auch nicht lang. Dann gehen wir jetzt hier lang. Wir versuchen auf jeden Fall eine Runde zu machen. Oh, ich habe die Augen gesehen. Au! Boah, das sind so eine Arschgeigen. Ich sage es euch wirklich. Hab ich noch Heilung? Nö. Einfach nö. Wo ist es denn jetzt? Ich sterbe jetzt vielleicht, weil ich es nicht mehr sehe. Da. Natürlich kriege ich kein Muni raus und auch keine Heilung. Wo sind wir denn jetzt? So, dann gehe ich kurz hier lang. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde. Oh. 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 Ah. Okay, aber da kommen wir... Da kommen wir immer noch nicht weiter, oder? Wie lange der wohl schon hier unten gelebt hat? Okay, wir holen uns jetzt Sachen. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt Sachen. So, wir gehen zurück. Wir haben halt nur noch... Ach, wir haben so wenig Munition, ne? Können wir uns irgendwas... Nicht so viel. Nicht so viel. Ich hätte gern alles. Ich hätte gern alles, ne? Aber eigentlich hätte ich gern Flinten-Munition. Wir müssten uns auch mal Gewehr-Munition machen. Die werden wir bestimmt brauchen. Mist. Einfach Mist. Wir können das machen. Wir können das machen. Machen wir es einfach mal so. Ich fühle mich, glaube ich, so ganz... Halbwegs wohl. Ich habe mir nämlich zwischen den Folgen mal wieder das Gewehr eingeparkt. Aus Gründen. So, warte. Wie kommen wir jetzt nochmal hoch hier lang? Weil wir halt dieses... Dieses... Diesen Aufsatz gefunden haben. Und ich weiß, für was wir den brauchen. Und ich hasse es jetzt schon. Und ich will nach Hause. Ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. So, wir haben jetzt... Wir müssen den verkaufen, ne? Sehr gut. Okay, und jetzt holen wir uns den. Wunderbar. Ja. Ja. Da müssen wir dafür unsere Flinte nicht mehr benutzen. Da müssen wir dafür nicht mehr unsere Flinte benutzen. Und alles andere... Ja, belassen wir jetzt erst mal dabei. Wir haben jetzt noch 8000. 8000? Mhm. Voll. Voll. Ich würde eigentlich gern das Ding... Weiß nicht. Gucken wir einfach mal. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz hierher. Ja, stimmt. Destination sowieso. Perfekt. Hätte ich fast vergessen. So. Ich habe noch gar nicht oft gespeichert. Das bildet ihr euch ein. Das stimmt gar nicht. Das ist gelogen. So, ich ignoriere diese Rohstoffe L absichtlich. Weil wir... Oh, ich brauche Heilung. Ja, das ist... Also, es kann sein, dass wir jetzt halt sterben, ne? Weil ich keine Heilung mehr habe. Hätte ich mir doch mein goldenes Ei behalten. Na, jetzt bereue ich's. Jetzt bereue ich das. Da ist nochmal Schießpulver. Also gehen wir da lang. Oh, liegt das da? Die sind halt auch so schnell, die Dinger, ne? Ist hier irgendwas? Ja, gib mir das. Ein Kraut. Ein Kraut. Ja! We got a Kraut. Oh. Wir müssen es auch direkt wahrscheinlich nehmen. Ihr habt das Bedürfnis? Ja, komm, wir nehmen es direkt. Es wird uns nicht vollheilen. Oh, doch. Tut es. Oh, okay. Mir geht's ein bisschen besser. Wahrscheinlich werden wir jetzt direkt wieder irgendwo richtig gemein. Ich lauf zurück. Wir müssen jetzt da lang, ne? Einfach da geradeaus. Ich ignoriere alles. Ich höre gar nichts. Ha! Ja! Seht ihr? Seht ihr das? Die sind halt schnell. Ich finde die so eklig. Oh, können wir hier bitte wieder raus? Ah, jetzt geht es, oder was? Können wir bitte raus? Ja, almost there. Ja! Oh! Oh! Kraut! Ja! Ja! Oh! Okay. Och, das macht mich aber glücklich, ne? Ihr habt gar keine Ahnung. Och, jetzt würde ich gerne nochmal speichern. Danke für die Hilfe, Luis. Ja, voll vielen Dank, Luis. Echt nett. Ich hab, ich hab ja den Trailer gesehen. Ich hab ja den Trailer gesehen. Und ich weiß, dass da noch ein ganz toller Gegner auf uns wartet. Mehrere. Aber von einem weiß ich noch sehr gut. Ich will nicht. Und ich hab das Gefühl, so langsam kommen wir drauf zu. Ich hab das Gefühl, der wartet hier irgendwo auf uns. Und denkt sich, ja man, geil. Ich hab richtig Bock. Das ist hier. Ich sag euch das. Das ist hier. Ich schwör's euch. Können wir da runter durch, bitte? Nein, können wir uns nicht verstecken. Ach, der ist hier. Der ist hier. Ja. Können wir den nicht einfach von hinten dann so. Okay, aber können wir uns, wartet mal. Ne, ne. Wir können nochmal Pistole machen. Wir können aber Fast Flinten machen. Ich würd echt gern Flinten-Money machen. Ich würd echt gern Flinten-Money machen. Und da überleg ich, ob wir da nochmal drauf gehen. Aber ich brauch erst Flinten-Money. Und das ist hier. Oh, da ist Heilung. Ja. Und oh. Oh, stopp. Oh, stopp. Oh, stopp. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ich weiß es. Ich weiß es. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oder sind es mehrere? Ich weiß doch, was hier auf mich wartet, Leute. Ich weiß es doch. Ah. Ah. Hin, hin, hin. Oh, mein Gott. Ey, ist das euch? Ah. Da rennt was. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, der ist da noch festgemacht. Ich muss jetzt. Ah. Hi. 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 Ah. Hi. Ha. Hi. Huha, huha, hu. Hu, 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 hu. Oh, mein Herz. Ich sage es euch. Das ist ja nicht witzig. Das ist ja gar nicht witzig. Oh, das ist ja unangenehm. Hi, 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 hi. Okay. Der steht halt nochmal auf. Das ist ja gar nicht cool. Der hört mich halt. Das ist das Problem. Au. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist halt so kacke, weil der mich hört. Oh, die kommen halt jetzt alle nochmal näher. Ah, ah. Das macht mich wahnsinnig, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh Mann, oh Mann, könnt ihr bitte, könnt ihr bitte nicht. Ja, tu es. Tu es. Ich muss eigentlich von hinten ran, ne? Oh, kacke. Au, ich bin ausgewischt und ich schwör's euch. Ich schwör's euch, ich hab diesen doofen Knopf gedrückt. Ich hab diesen doofen. Oh. Ich hasse alles. Oh mein Gott. Ja, klar. Schieß ich daneben, ey. Oh, ja, das wird auch nix. Ich bin halt einfach nicht, ich bin halt einfach ich. Ja. Ich bin zu hektisch. Ich bin gerade sowas von zu hektisch, weil hier so viel passiert. Weil hier so viel passiert und ich komm nicht von hinten an den doof ran. Und jetzt kommen auch noch die kleinen Scheißer. Ja, klar. Nee. Nee, seh ich nicht. Seh ich gar nicht. Seh ich, seh ich gar nicht. Seh ich gar nicht. Ja, das war dumm. Seh ich mich nicht gewinnen. Leider. Müssen wir vielleicht nochmal machen? Ist er weg? Ist er weg? Oh mein Gott. Stirb. War's das? Wieso schaffe ich das jedes Mal? Und ich verstehe nicht mal wie. Oh Gott. Ja, wir haben jetzt noch viel übrig. Wie immer. Boah. Ich sag's euch. Das ist ja... Das ist ja nix für meinen Nerven. Hab ich aufgenommen? Ja. Okay, kurz atmen. Ich will gar nicht weitergehen. Ich wusste. Ich wusste, dass das auf mich war. Ich wusste es so sehr. Und ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Maulwurf-Dudes einfach. Mit all meiner Leidenschaft hasse ich die. Haben wir hier jetzt... Irgend... Nö. Wir brauchen trotzdem Wiederheilung. Mal wieder. Es ist als wäre es was Neues. Ach, danke. Spiel, danke. Das ist aber auch alles, ne? Egal. Hauptsache irgendwas. Hauptsache irgendwas. So, wir könnten uns nochmal... Ich bin aber überlegen... Wir warten nochmal. Wir warten nochmal. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Noch sieben, also zwölf. Ja, gucken wir mal. Ich wäre für einen Speicherpunkt. Tatsächlich. Ich fände es richtig schön. Richtig toll. Wenn ich speichern dürfte. Oh, da ist noch ein Kraut. Ja. Kraut. Ach, wie gut. Ach, wie gut. Okay. Mir kann ja jetzt gar nichts passieren. Wir haben zwei grüne Krauts. Und da ist... Oh, da ist ein Aufzug. Aber das ist nicht so ein Aufzug, ne? Oh. Oh. Ja. Okay. Okay. Wir kriegen wieder ein bisschen Zeug. Wir werden wieder aufgestockt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist ja so anstrengend. Das ist ja so schrecklich. Wieso ist das Spiel so schrecklich? Was schreit da so? Ach, der schon wieder. Ja. Sie erkennt ihn direkt. Nein. 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 Kann ich irgendwo speichern gehen? Muss ich nochmal ganz zurücklaufen? Ich hätte... Oh, da ist er. Oh, da ist er. Okay. Ist das so unsere letzte Amtstat? Den Dude in der Robe zu stellen? Ich will nicht. Einen Knapp des anderen Lachs. Mhm. Mhm. Toll. Schön hast du das gesagt. Ganz wunderbar. Können wir denn... Wartet. Können wir denn jetzt hier... Ach, guck mal. Ja. Ja, 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 ja. Ah, nee. Wir brauchen drei, ne? Egal. Wir haben drei so eine Steine. Machen wir jetzt einfach so. Würden wir trotzdem genug Geld bringen? Oh, ja. Oh, ja. Wird es. Wird es, wird es. Willkommen. Ey, bis wir den... Oh, was kann ich dir Gutes tun? Bis wir den gekillt haben, ich schwör's euch, das dauert mehr als eine Folge. Ich brauch da mehr als eine Folge für, schwör ich euch. Das wird, das wird dauern. Das wird dauern. Kann ich... Hast du nochmal? Nein! Natürlich nicht! Warum probierst du nicht mal die neue Waffe ausfremde? Könntet ihr das Leben retten? So, die sind neu, oder was? Ah, nee, die will ich aber nicht. Warte mal, die hat drei... Können wir vergleichen. Das Ding ist das, ne? Oh, die ist viel besser. Die kostet nicht so viel. Okay, wartet mal. Können wir das abmachen? Und dann können wir die... Wartet... Können wir die verkaufen? Die hier ist das. Ein Gewehr. Ich kaufe ein hervorragender Ding. Und dann kaufen wir uns das da. Kein Platz. Boah, die ist halt groß. Ich garantiere dir, du wirst deine Invest... Die ist halt groß. Wie groß war die? Groß, ne? Groß, groß. Wir gucken jetzt einfach mal. Ob wir hier genug Platz hinbekommen? Nee, ne? Es wird niemals was. Oder? Doch, komm. Komm, das reicht. Okay, wir haben jetzt das Ding. Das ist halt definitiv schon mal direkt besser. Boah, das ist aber echt fett, ne? So, jetzt können wir das Ding da dran machen. Okay. Okay, das fühlt sich doch schon mal ganz gut an. Wir packen das mal auf den Schnellzugriff. Doch, hier. So, ich würde gerne mal kurz... Das ist trotzdem Kacke mit dem Fernrohr. Aber muss. Aber muss. Aber muss. So, warte mal. Können wir noch irgendwas kaufen? Eine neue Waffe aus, Fremde. Könntet ihr das Leben retten? Nö. 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 Okay. Okay, das heißt, wir können nochmal hier... Ich würde gerne mein Messer reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal hier tunen möchte. Ich weiß nicht, wie weit wir sind und wie viel jetzt noch kommt, ne? Oh. Deine Waffen sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Probier mal, ob's passt. So. Punkt, würde ich sagen. Punkt. Das ist okay so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, bitte. Ja, klar. Voll gern. So. Wir können uns das machen. Ich würde aber erstmal gerne beide behalten. Einzelnen. Ich würde gerne erstmal beide Einzelnen behalten. Ansonsten, ja, sieht das doch eigentlich voll okay aus. Wir können nochmal so ein bisschen sortieren. Schön hat er das gemacht. Wir haben Pfeile. Wir haben halt einfach nicht genug von allem. Wir haben halt gar keine. Willkommen. Ah. Meine Waren sind in einem Top-Zu-Staat. Das versichere ich. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Danke. Ein paar Vorra... Ich... So. Prioritäten. So. Prioritäten. Ich hoffe, du beheerst mich bald mal wieder, Fremde. So. Simmel. Simmel. Gut. Halbwegs. Halbwegs. Wir speichern. Ich bin am überlegen. Komm, wir gehen noch ein Stück. Wir gehen noch ein Stück. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge noch laufen lasse. Wir gucken mal. Es passiert doch jetzt eh wieder alles. Alles Schlimme, was nur passieren kann. Passiert jetzt. Ich weiß nicht. Wir müssen als nächstes den Dude stellen. Der ist hier. Gucken wir mal. Ich würde gerne, bevor wir den stellen... Die Folge... Die Folge... Oder ist das... Das ist schon hier unten, ne? Oder wo... Es ist nah. Es ist nah? Wirklich? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Falscher Knopf. Gute... Ah! Oh, Kacke, nein. Nein, das wollte ich doch jetzt nicht. Okay. Komm schon. Was ist das für eine Arena? Please don't. Please don't. Don't. Nein. Okay, sie nimmt ihn mit. Oh. Oh. Toll. Ada, toll. Ah! Das wird ja grausam. Ich muss mich anders hinsetzen. Warte. Das wird nichts. Egal. Ich werde sterben. Schwöre ich euch. Schwöre ich euch. Das werde ich nicht beim ersten Mal schaffen. Wieso habe ich das Spiel auf normal gestellt? Weiß das wer? Kann mir das jemand erklären? Ihhh. Oh nein. Oh nö. Och komm, nein. Please don't do this. Boah, ist das widerlich kacke ätzend. Ah. 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 Was tut er? Was tut er? Ah. Kann ich den da oben auch erstmal kaputt schießen? Ich hab gedrückt. I'm sorry. Ich hab's versucht. I tried my best. Ich hab gedrückt? Was soll denn das? Komm schon. Ich möchte einmal kurz den hier machen. Wir haben halt echt nicht viel Zeug. Wir müssen den mal da rauslocken. Ah, was? Oh, shit. Der hat da was hingesetzt. Ich hab's vergessen. Der hat doch mehrere Phasen. Erzählt mir doch nix. Erzählt mir doch... Was? Hä? Was? Ich hab's doch gewusst! Erzählt mir doch keinen Scheiß! Ich hätt' erst mal an die Kisten gehen sollen! Kacke! Oh nein. Ich hätt' an die Kisten gehen sollen. Ich hasse mich! Ich hätt' an die Kisten gehen sollen. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ich war nicht an den Kisten. Ah, nö! Also, das hatte ich nun doch nicht erwartet. Okay, das kraut. Ich weiß nicht, was er tut. Ich... Ah, kacke! Oh, da bin ich fast reingerannt. So, ich möchte... Oh. Ich möchte mir nie mal ein Kraut so. Okay. Okay, okay, okay. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Na? Na. Ja. Da leuchten Sachen. Da leuchten Sachen. Er switcht die Treppe, ne? Ich... Hallo? Für was drück' ich denn den Scheiß? Ich schwör's euch. Ich drück' den Kram. Wie doof ist das denn? Na gut, das war doof. Ja, das... Das sieht schwer. Das sieht... Das ist alles, äh... Ihr wisst, was ich mein. Oh. Ah! Ach, das ist doch billige Scheiße. Nein! Ich hasse das! Ich hasse das! Ich hasse das! Ich hasse das! Wo ist der denn jetzt, bitte? Oh, warte! Oh, warte! Oh! Ich seh's halt nicht, wie ich das, wie ich das, wie ich das. Ja klar, ja klar, ja klar, ja klar, 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 natürlich. Ich versteh, oh nö. Oh nö, oh nö. Ich treff doch nicht, ich treff doch nicht. Ich werde getroffen. Ja, ja. Ich hab gedrückt, ich weiß ja auch nicht. Funktioniert mein Ausweichknopf nicht mehr? Kann das sein? I don't know. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, außer Knöpfe drücken. Ich hab'n Schießpulver bekommen. Ach, Gottchenab. Komm schon, lass mich. Lass mich. Ich, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ja. Oh. Leck mich schon. Arsch. Mit Kackspiel. Boah. War das ätzend. Boah, war das ätzend. We did it. We did it. Ach, aber war das ätzend. Und Leute, bitte. Oh. Ach, was für eine Kacke. Es wird draußen wieder gehämmert. Ich hoffe, man hört's nicht. Ich mach mich mute. Okay, das war eklig. Das war widerlich. Boah, bin ich angespannt, Leute. Ich sag's euch. Mir tut alles weh. Mir tut alles weh. Kann ich jetzt hier in Bündung noch Zeug einsammeln? Mir geht's auch nicht so gut, ne? Kann das sein? Ja, hm. Ja, hm. Jetzt geht's mir ein bisschen besser. Ja, es wird auch eng. Ey, da. Es wird eng. Wir haben nix mehr. Wo dürfen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Wo geht's denn lang? Wartet. Da lang, wo das Licht brennt? Nee. Da lang. Ich guck jetzt noch ein paar Meter weiter. Oder will ich? Oh. Oh. Oh, schi. Oh ja, das war ein toller Kampf. War der toll. Ja, ja. Okay, stopp halt. Ich würd sagen. Nein, Louis. Okay. Der Bernstein, Louis. Wo ist er? Du hast mir geholfen, einen Teil wieder gut zu machen. Red keinen Unsinn. Danke, Ada. Ach, ja. Du weißt ja, ich bin der gute Samarita. Mhm. Hilf, Leon, wenn ich weg bin, okay? Warte. Klingt, als würde er mich brauchen. Leon! Wir haben eine Akte erhalten. Wir haben eine Akte. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Was sind denn? Das da? Das da? Das Ergebnis der körperlichen Untersuchung von... Haha. Hat hervorgebracht, dass sich in seinem Körper ein Plager einnisten konnte. Vermutlich im Zuge eines seiner Experimente. Unter der Aufsicht des leitenden Forschers Louis Serra wurde der Versuch unternommen, um den Parasiten mithilfe einer Art experimentellen Strahlentherapie zu entfernen. 16 Minuten nach Beginn der Prozedur zeigte, mhm, Zeichen eines schweren Schocks und wir mussten den Vorgang abbrechen. Kurz darauf wurde er für tot erklärt. Das Gerät verwendet eine externe Strahlenquelle, um den Parasiten von außerhalb des Körpers zu verbrennen. Ähnlich einem linearen Beschleuniger, wie er bei der Behandlung von Krebs zum Einsatz kommt. Daher treten kaum aushaltbare Schmerzen auf. Im schlimmsten Fall hat die Prozedur den Tod des Behandelnden zufolge. Die postmortale Untersuchung hat ergeben, dass der Parasit erfolgreich zerstört wurde. Dennoch kommen wir angesichts dieser Ergebnisse zu dem Schluss, dass das Gerät weiterer Verbesserung bedarf und die Nutzung nicht über den Testbetrieb hinausgehen sollte. Anbei die Betriebsanleitung des Geräts. So, das war's, ne? Oder? Ja, ne? Oder? Nö. Das war unsere Funk. Ja gut. Ja gut. Dann bleiben wir mal genau hier stehen, Leute. Wir bleiben jetzt genau hier stehen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es ist mir genug. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich danke Ihnen allen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!